Aber hier ist der Container runtergefallen. Warte, ich kann hier nicht durch. Tequila, du bist so fett, bist du doch gar nicht. Hier ist was. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Leute. Kann ich dort irgendwas zerschießen? Oh, toll, ich muss ganz zurück. Ja, ganz toll. Den ganzen Weg nochmal gehen. Ja, das haben sie mal wieder ganz super gemacht, um die Spielzeit ein bisschen in die Länge zu ziehen. Toll. Supi. Also das finde ich jetzt echt lame. Gut, dann gehen wir das Ganze halt nochmal. Jetzt kommen wahrscheinlich nochmal so viele Gegner und ich sterbe diesmal wirklich. Nirgendwo Medipack. Also bis jetzt habe ich keinen Gegner gesehen. Gut. Ist hier irgendwo Medipack oder irgendwas, was mir helfen könnte? Ja, was bringt das? Warum blinkt das? Ich weiß es nicht, Leute. Wie komme ich da rüber? Ja. Was ist denn dort oben drinnen? Wir gucken uns hier mal um. Bringt auch nichts dort hoch, können wir nicht. Was hat das damit? Ah! Aha. Aha. Das hat gar nichts gebracht. Das ist ja jetzt lame, ne? Ich muss trotzdem irgendwie da rüber. Ah, hier kann ich hoch. Toll. Jetzt bin ich wieder hier. Mann, ich bin so dämlich. Im Wasser ertrinkt ich. Ich habe keinen Plan, Leute. Das ist ja unfassbar, ne? Ist hier irgendwo was, was ich zerschießen könnte? Da muss doch irgendwo was sein. Äh, da ist noch was. Warum treffe ich das nicht? Ich sehe den Holzbalken doch ganz offensichtlich hier. Komm schon. Ach. Käse hier. Ich weiß es nicht, Leute. Tut mir leid. Tja, das war's, ne? Ich breche das... Nein, ich breche das Let's Play jetzt nicht ab. Äh. Das geht doch wohl nicht. Jetzt bin ich hier wieder rüber gelaufen. Ich trottel. Gut, dann nochmal zurück. Ich mache einen kurzen Schnitt. Bis gleich. Okay, Leute. Ich habe es gefunden. Es war ein Fass. Ziemlich gut versteckt. Hat keiner sehen können. Und ich auch nicht. Aber jetzt sind wir endlich drüben. Können das letzte... Die letzte Ladung platzieren. Und jetzt hier... Sie sollten sich raushalten. Ich sagte, wir brauchen Verstärkung. Ich erfuhr eben, dass Jerry undercover bei der Dragon Claw arbeitet. Dann wissen Sie von Billy und Tico und haben nichts gesagt. Ich tat Ihnen Gefallen. Wenn Sie es da drin stecken, dann... Was? Endet so. Vergessen Sie's. Ich bin noch lange nicht fertig. Young und seine Leute ziehen im Mega-Nen-Deal ab. Und die I-Nines wollen die Party sprengen. Die sind wohl sauer, dass ihnen unser toter Cop angehängt wurde. Jetzt wollen sie Rache. Ich brauche Young lebend. Wong kann ihn als Druckmittel nutzen, um Billy und Tico zurückzukriegen. Wir treffen uns im Mega. Wir treffen uns im Mega-Nen-Deal ab. Billy! Soll man dich nicht mit mir sehen? Nein. Wenn mein Vater das hört. Er hat uns einmal gewarnt. Bereust du, in mich verliebt zu sein? Nein. Aber ich habe Angst. Es geht nicht mehr nur um uns beide. Was sagst du? Wir bekommen ein Kind. Wirklich? Das ist ja toll. Nein. Es ist schrecklich. Mein Vater wird uns umbringen. Jimmy Wong würde seinen Enkel nicht töten. Du kennst ihn nicht so wie ich. Dann komm mit mir. Er wird uns finden. Das wird er nicht. Wir gehen weit weg. Wir gehen weit weg. Nach Amerika, Europa, ans Ende der Welt. Ist mir egal. Komm. Wann? Heute Nacht. Komm zum Flughafen. Ich kümmere mich um alles. Ja. Ja. Aha. Ähm. Sie waren also ein Paar. Die Billy und er. Die Billy und, äh, Tequila. Und, ähm. Haben dann wahrscheinlich, wie hieß die Teko, Teki, äh, diese andere Frau auf dem Bild, äh, 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 als Kind bekommen, Geschenk bekommen, einfach so, weil Weihnachtsmann war lustig. Ne. Und jetzt ist von Tequila die ehemalige große Liebe entführt worden und seine Tochter, die ihn nie gesehen hat oder sonst irgendwas, äh, hat er zu Wong gesagt. Und Wong, der Gangsterboss, der uns das Foto gegeben hat, ist also, äh, der Großvater von Teko und wahrscheinlich der Vater von Billy. Jo, dann ist schon mal ein bisschen was klar geworden. Der Typ, der die ganze Zeit mit uns telefoniert hat, dieser Jerry, ist der Typ, der uns die Knarre an den Kopf gehalten hat auf, äh, Wongs Boot. Der ist undercover bei Wong. Das haben wir auch schon mitbekommen, okay. Und ja, und jetzt, äh, hat Tequila bei der Polizei gekündigt, offensichtlich und will jetzt hier auf eigene Faust seine große Liebe und sein Kind retten. Was für ein krasser Kerl. So, Levelendstand, Feine besiegt 305, okay, waren ziemlich viele. Höchste Steel-Kombo, ist egal, Steel-Kombo, ist egal, Kraniche, ist egal, Schaden zur Umgebung, 12 Millionen. Nicht schlecht. Ich hab ne glatte 2 Plus dafür bekommen, also B Plus. Ist doch schön, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Let's Play Stranglehold. Und wir sehen uns, bis dann.